Hallo meine Freunde, heute gibt es ein krasses Low Carb Müsli, aber nach dem Intro. So meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Heute gibt es wirklich ein, boah, ich nehme es einfach vorweg, aber ist mir egal. Sonst mache ich immer so ein bisschen Spannung, dann Fazit am Ende und dies, das, Ananas, ist mir egal. Dieses Low Carb Müsli ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Also wirklich richtig, richtig lecker und es ist halt sehr kohlenhydratarm und trotzdem sehr mineralstoff, vitaminreich und so. Es sind Nüsse, da sind Nüsse drin und ihr wisst, Nüsse haben zwar viel Kalorien, also gerade vielleicht zum Beispiel, wenn ihr im Muskelaufbau seid, also wenn ich jetzt mehr Kalorien aufnehmen wollen würde, dann würde ich dieses Müsli, glaube ich, vier, fünf Mal am Tag essen, weil ich finde es so lecker. Und ich habe sogar zwei verschiedene Varianten, aber das gibt es erst am Ende, als kleine Überraschung. Die zweite Variante, jetzt erst mal das ganz normale Müsli, was man so kennt in Milch oder könnt ihr auch in Mandelmilch, richtig, richtig lecker, was nehme ich dafür? Also erst mal muss man den Backofen schon mal vorheizen auf ungefähr 150 Grad. Dann trennt man vier Eier, also man nimmt nur das Ei klar, das Eigelb kommt erst mal weg und da muss ich natürlich noch sagen, das ist jetzt für dieses Rezept. Viele Leute fragen mich immer, ja Cecil, ich esse morgens immer nur Eiklar. Aber nein, es heißt nicht umsonst, das Gelbe vom Ei. Das Gelbe vom Ei ist das Beste vom Ei. Das ist sonst so, als wenn ihr euch Schuhe kauft und ihr stellt euch den Schuhkarton ins Regal und schmeißt die Schuhe einfach weg. Man kauft Schuhe nicht wegen dem Karton, sondern wegen den Schuhen. So, und das ist genau das Gleiche mit dem Ei. Das Beste und Wertvollste und Mineralstoffe und alles, das Beste ist im Eigelb. So, deswegen macht diesen Fehler nicht normalerweise. Jetzt für dieses Gericht ist es so, dass man es so machen muss, aber als ich das Eigelb getrennt habe und ich wusste jetzt auch nicht, ob ich jetzt nur Eigelb essen soll, das hat mir wirklich in der Seele wehgetan, das wegzutun. Das mache ich normalerweise nie, aber für dieses Rezept muss es so sein. Also viermal Eiklar und dann sucht ihr die Nüsse aus. Und das Originalgericht war mit, ich glaube Haselnüssen und Erdnüsse und so, aber ich will natürlich eine richtig geile Low-Carb-Variante daraus machen und deswegen habe ich genommen Macadamia-Nüsse, Mandeln und Walnüsse, aber Walnüsse wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte als drittes lieber Paranüsse nehmen, weil die auch noch weniger Kohlenhydrate haben als Walnüsse, aber war ausverkauft. Und ich hatte dann auch keine Lust noch zum nächsten Laden und noch zum nächsten Laden, habe ich gesagt, okay, nehme ich Walnüsse, die sind ja auch nicht so schlecht. Deswegen habe ich jetzt für das Gericht, habe ich Macadamia genommen, Mandeln und Walnüsse. Und die Nüsse muss man natürlich irgendwie zerkleinern. Also das ist so, ist praktisch wie ein, ja, so ein Müsli halt. Was habe ich gemacht? Ich habe sie erst, ich habe so ein Magic Mike oder wie das Ding heißt, da habe ich es reingetan. Das ging nicht, weil es wurde viel zu klein. Habe ich gedacht, okay, voll der Fail, ätzend. Was mache ich denn jetzt? Ich habe dann so ein Drehding, wo man die auch so mit zerhacken kann. Das war okay. Ich schreibe euch das auch mal in die Beschreibung rein, weil vielleicht wollt ihr auch sowas haben. Das kann man auch in Deutschland kaufen. Ich habe jetzt hier in Dubai noch keinen Mixer. Und deswegen musste ich das mit diesem Drehding machen. Wenn ihr einen normalen Mixer habt, dann macht es mit dem Mixer, weil in dem Rezept, Originalrezept steht, auf Stufe 6, was auch immer das heißt, weil man hat ja verschiedene Mixer, aber egal, 3 Sekunden lang in den Mixer. Es muss auf jeden Fall so sein, dass die Stücke nicht komplett zermahlen sind, aber halt auch nicht komplett groß so. Und mit diesem Teil, dieses Ziehen, habe ich das ganz gut hingekriegt. Und ja, war ganz geil. Okay, dann tut ihr alles in den Topf. Also die Nüsse, Eiklar, dann ein paar Sonnenblumenkerne. Ich bin kein Mega-Fan von Sonnenblumenkernen. Aber in der Kombination, es war im Rezept, ich habe es auch so mitgemacht und hat auf jeden Fall sehr, sehr gut geschmeckt und dazu gepasst. Mit allen Sachen, ihr wisst immer bei meinen Kochvideos, diese Grammzahlen genau zu sagen und wie viel Gramm und dies, das, das ist immer schwierig. Ich mache immer so, ich messe das nicht genau. Ich mache immer ungefähr so, ungefähr so, ungefähr so. Und das passt eigentlich immer. Ihr müsst natürlich gucken, ihr wisst ja, nicht nach den Nährwerten fragen. Also was ihr rein tut, könnt ihr vorher ausrechnen, wie viel dann da drin ist. Und ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt nur 50 Gramm Walnüsse nehmt oder ob ihr doch dann vielleicht das mal probiert mit Paranüssen oder mit Macadamianüssen, ob ihr 50 Gramm reintut oder 100 Gramm. Müsst ihr selber gucken. Also rechnet euch das selber aus. Bitte nicht mich fragen, wie viel Kalorien ganz genau, weil ich rechne es auch für mich nicht aus. Und das könnt ihr, ihr wisst ja, was ihr rein tut in das Rezept. Also und jetzt alles praktisch mit Eiklar und mit den Nüssen in eine Schale und jetzt kommt auch noch Zylit dazu. Und wenn ihr mein Süßstoffvideo noch nicht gesehen habt, dann guckt das unbedingt mal an, weil grundsätzlich gibt es immer drei Stufen. Es gibt einmal so, ich esse egal was, den ganzen Tag nur Pizza und McDonalds, egal. Das ist komplett ungesund. Oder ich versuche eine neue Ernährungsform zu machen und reduziere diesen ganzen Zucker, Zucker, also diese ganzen Kohlenhydrate und Brot und das, das alles reduziere ich und habe aber immer noch diesen Janker. So und dann ist der nächste Schritt, lieber mit solchen Sachen wie Zylit oder so Süßstoffen zu arbeiten, bis man diesen Süßgeschmack einfach wegbekommt. Und deswegen ist es natürlich besser, von McDonalds umzusteigen auf gesund, aber noch süß mit Süßstoff. Und dann der nächste Schritt wäre, es komplett ohne Süßstoff zu nehmen und einfach wieder mit den Geschmacksnerven ein bisschen runterzukommen. Das erkläre ich alles in dem Video. Auf jeden Fall in diesem Rezept jetzt habe ich es auch so genauso gemacht. Ich habe es mit Zylit gemacht und ich glaube, dadurch wird es auch ein bisschen krosser, habe ich so das Gefühl. Kann sein, dass wenn man es ohne Zylit macht, dass es nicht kross wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Zylit da rein und dann alles vermengen. Also wirklich so lange vermengen, bis es eine gute Masse ist. Bestimmt so allen ein, anderthalb Minuten umrühren wirklich. Und dann das Ganze schön auf dem Backpapier, schön gleichmäßig verteilen, schön dünn verteilen. Auch umso dünner, umso krosser wird das Ganze. Es war auch wegen dem Ei, es war so ein bisschen so eine ziehige Masse. Und deswegen schön klein machen. Dann kommt das Ganze in den Backofen bei 150 Grad. Und circa nach 20 Minuten nimmst du es einmal raus und drehst das Ganze einmal um. Also einmal wenden komplett. Und da habe ich zum Beispiel alles nochmal so richtig klein gehackt, weil es war immer noch so wie so eine ziehige Masse. Und dann habe ich nochmal alles so klein gehackt, dass es wirklich krosser wird. Und dann wieder in den Backofen und ja, weitere 20 Minuten ungefähr, also insgesamt vielleicht so 35, 40 Minuten nochmal rein und gucken, dass es richtig schön so, ja, goldbraun aussieht. Also so richtig schön, ja, knusprig aussieht. Dann kannst du es rausnehmen und musst es abkühlen lassen. Und ich muss natürlich gleich wieder naschen, wie immer. Und es war schon warm, richtig lecker. Also ich habe gedacht, boah ey, das ist voll lecker, richtig geil. Habe dann aber gewartet, bis es komplett abgekühlt ist. Und dann als es, als es kalt war, war es extrem lecker. Also ich fand das, dieses Müsli, wirklich leckerer als diese Zuckermüsli. Wirklich leckerer. Echt, weil es ist so nussig und es ist, es schmeckt richtig, richtig gut. Und ich habe jetzt zwei Varianten für dich. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Und die eine Variante ist natürlich ganz normal mit Milch. Und die zweite Sache, und das ist auch mega, mega lecker, lecker, lecker. Ich habe mich an dem Tag wirklich voll gefressen, weil ich habe an dem Tag nicht nur das Müsli gemacht, sondern ich habe an dem Tag auch den Flammkuchen gemacht und auch die Pizza gemacht. Das heißt, ich habe den Tag so viel gegessen, aber es war wirklich lecker. So, auf jeden Fall die zweite Variante. Da nimmst du einfach Naturjoghurt und machst diese Müsli-Stücke drauf. Und, ey, das ist auch so lecker. Also wirklich, für jedes Frühstück hat man gleich schön viel Mineralstoffe, Ballaststoffe, alles Mögliche dabei. Nüsse sind halt wirklich sehr, sehr gesund. Sehr wenig Zucker, sehr wenig Kohlenhydrate. Das Einzige, was da an dem nicht ganz so toll ist, ist der Süßstoff. So, das könnt ihr ja mal gucken, ob ihr das mal ohne macht oder mal mit. Ich glaube, dieser Süßstoff macht das so ein bisschen kross. Keine Ahnung, das ist nur meine Vermutung. Auf jeden Fall mega. So, mein Ziel ist natürlich, dass ihr keine Ausreden mehr habt. Also, ja, ich muss ja, weil ich mag ja Pizza. Ja, aber es gibt eine Low-Carb-Pizza, die ist genauso lecker. So, oder jetzt zum Beispiel mit dem Müsli. Ja, ich mag ja, ich kann nicht verzichten in meinem Leben. Ich kann ja nicht verzichten. Ja, musst du nicht. Also, dieses Müsli finde ich persönlich leckerer als diese ekligen Zuckermüsli, die da im Regal stehen. Also, wirklich richtig gut. Da verzichtest du gar nicht. Du weißt ja, ich mache das immer ehrlich. Ich sage immer, oh, bei dem Gericht war nicht so geil, vielleicht nur eine 6. Bei diesem Müsli kann ich ganz ehrlich sagen, ey, eine 9, mindestens. Also, für Müsli eigentlich auch eine 10, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Müsli noch besser schmeckt. Okay, sagen wir mal eine 9. Okay, für die Leute, die sonst immer ihr Zuckermüsli gegessen haben, weil es schmeckt ja noch süßer, die denken dann vielleicht so, oh, okay, vielleicht nicht so süß. Aber ich glaube, wenn ihr das 10 Mal esst, dann bin ich mir eigentlich sicher, dass ihr nach 10 Mal essen nicht nochmal sagt, hey, das Zuckermüsli ist besser. Vor allen Dingen, ihr wisst ja, dass es so ungesund ist, mit Zucker drin ohne Ende. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gesunde Variante. Also, checkt das unbedingt ab und schreibt mir rein, ob ihr es gemacht habt, ob ihr es geil findet. Weitere Ideen schreibt ihr rein. Und wenn ihr es gemacht habt, wie euch das geschmeckt hat und ob euch das auch so gut geschmeckt hat wie mir. Weil für mich war es wirklich richtig, richtig lecker. Bis bald, euer Coach Cecil.